Hallo liebe Fußballfreunde, meine Meinung von dem YouTube-Kanal KatiKus, Gute-Kanal-Kanal, auch lustig von Kanal-Namen, Abonnentenzahl 9.066 Abonnenten, Gute-Kanal gegründet am 10.09.2011. Es ist ein sehr gutes YouTube-Channel, das 2011 Gute-Kanal gegründet hat. Das ist dann schon gut, aber kann man noch besser. Das finde ich meine Meinung. Eine kleine Frage habe ich von dir. Kannst du zufällig kleine Spende mir machen von Abonnenten? Von mir 3000 Abonnenten spenden zu mir mein Kanal. Wenn du es oder es selbst anschauen willst, über meinen Kanal zufällig. 3000 ist okay. Ich will dir nicht abzocken, das will ich nicht. Ich bin nicht so. Ich finde ich sehr gut, ich mache. Und ja, ich habe mich auch, ich merke auch gerade, ich habe da auch sehr krummisch habe. Und auch noch ein Sprachfehler, leider Gottes. Ich mag das gar nicht, Sprachfehler ich habe. Aber Logo hat mir geholfen, dass ich gut reden kann, Beispiel. Ich kann gut reden, ja. Aber das kommt ein bisschen, das stottert manchmal. Das heißt auch, dass ich Sprachfehler habe. Und das geht auch irgendwann mal weg. Ich muss halt viel lernen. Deswegen habe ich auch Logo. Und das Logo-Beispiel nehme ich auch auf. Wie ich aussprich über Fußball-Namen. Und viel Spaß von diesem Video. Und bitte kannst du meinen Kanal abonnieren. Mein Kanal heißen Fußball-Freunde. Ich heiße Leon Schmidt. Mit zwei T. Und dann siehst du mein Video. Oder mein Kanal selbst. Fußball-Freunde heißt es genau. Video oder das angucken du willst. Und kann gerne mich abonnieren. Ist keine Pflicht, ist es nicht. Ist auch kostenlos. Kennst du glaube ich die ganze Story. Viel Spaß von meinem Video über deinen Kanal. Und was meine Meinung ist von deinem Kanal. In der Kanal. Und dann in der Kanal. Und das war es von diesem Video.